Hallo meine Lieben, heute mal in einer ganz anderen Perspektive. Wir sind heute in meinem Büro, in meinem Leseschaukelstuhl. Und ich habe jetzt die Gewinner gezogen für das Gewinnspiel, das aus 700 Abonnenten Gewinnspiel. Und die möchte ich euch kurz mitteilen. Und zwar ist es zuerst einmal die Kleene 1986 Evie, du hast gewonnen Becca Fitzpatrick, Engel der Nacht. Und zum zweiten ist es geworden Mika Maus, du hast gewonnen High Heels und Ringelsocken. Ja, das war es schon. Ich wollte mich nochmal ganz, ganz lieb bei euch bedanken für eure lieben Kommentare. Die haben mir wahnsinnig gut getan. Ich habe ja bei dem letzten Gewinnspiel so viel Ärger gehabt. Und habe mich jetzt über diese vielen, vielen lieben Kommentare, es haben ja auch wahnsinnig viele Leute mitgemacht, habe ich mich so doll gefreut. Also es ist wirklich, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Und da bin ich mir auch sicher, dass ich weiterhin Gewinnspiele machen werde. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon. Also ich wollte jetzt gar kein langes Video machen. Ich habe jetzt auch ganz spontan hier gleich in meinem Leseschaukelstuhl das Video gedreht und hoffe, ihr freut euch. Zwei Gewinner, bitte schreibt mir eine Nachricht mit eurer Adresse. Ich meine ja, ihr seid beide über 18, soweit ich das gesehen habe. Und dann schickt mir doch bitte eure Adresse, damit ich euch die Bücher zuschicken kann. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss! Tschüss! Tschüss!